Die Twitter-Ritter Heute mit Nationalrat Gerhard Pfister im Kampf der Schneeflücklein Gerhard Pfister, Sie können natürlich wegschauen, um nicht sehen zu müssen, was an den Schulen abgeht bezüglich Covid. Aber die Verantwortung für die Folgen können Sie nicht wegreden. Kinder werden teilweise schwer krank, unnötigerweise. Ich schaue nicht weg, traue der Schule mehr zu als andere, aber kann mit Panikmachern ebenso wenig anfangen wie mit anonymen Twitterern und Schneeflücklein. Und jetzt lasse ich es gut sein! Schneeflücklein, Sie blockieren doch selber jenen, der Sie kritisiert. Anonyme und unanständige oder gelangweilte Dauerempörte oder Analphabeten. Hier tummelt sich so einiges, auf dessen Bekanntschaft ich keinen Wert lege.